Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer ZockerHandy. Wir spielen heute ein Tower Defense Game, Toy Defense 4. Willkommen Leute. Mal schauen, wie wir uns in diesem Level schlagen. Das werden wir schon hinkriegen. Hier auf jeden Fall einen Tower. Hier auf jeden Fall einen Tower. Und der dritte kommt hier nicht hin, da kommen die großen hin. Gehen wir denn hier hin. So und los geht die Party Leute. Wave 1 von 10. Da kommt schon ein bisschen dickerer. 2 von 10. Aber es geht. Machen wir die ersten Upgrades. Ich möchte gerne die dicke Kanone gleich haben. Genau. Und wir brauchen auch was gegen Fluggeräte dann. Die werden jetzt nämlich gleich kommen. So, das haben wir. Jetzt ist die Frage, wo kommen die? Die kommen von da oben. Ja, wo genau? Da müssen wir die Einflugschneise sehen. Da kommen sie. Das heißt, hier eine Flugabwehr hin. Sollte gut hinhauen. Die bringt auch gleich ein Upgrade. Das, was sie übrigens auch dringend braucht. Dienen wir mal Upgrade. Haut einwandfrei hin. Flugabwehr macht es. So, Upgrade, Upgrade. Haut super hin. Wave 6 von 10. Keinerlei Stress. Keinerlei Problem. Flugabwehr kriegt ein Double Upgrade gleich. Wie sieht es bei dir aus? Du kriegst auch ein Upgrade. Du wirst repariert. Die Reparatur kostet nicht zu viel. Ich kann es euch nur empfehlen. Macht es. Wenn so ein Tower drauf geht, wegen Nicht-Reparatur, das kostet euch richtig. Der kriegt ein Upgrade. So, Wave 8 von 10 haben wir schon wieder. Flugabwehr kriegt ein Upgrade. Der ebenso... Oh, die kommen schon ein bisschen hier durch. Da müssen wir jetzt langsam aufpassen. Es wird jetzt knapp, Leute. Es wird jetzt schon knapp. Wir müssen auf jeden Fall was upgraden. Es wird schon wirklich ungemütlich hier. Wave 8 von 10. Und es wird sicher nicht leichter. So. Reparieren. Zack. Wie sieht es mit dir aus? Du kriegst ein Upgrade. So, Wave 9 von 10. 10. Kommen viele Tanks. Als nächstes kriegt er ein Upgrade. Noch geht es. Kein Problem. Wir werden beschossen. Aber okay, das reparieren wir weg, sage ich mal. Ich will mal das nächste Upgrade hier sehen von dem Flieger. Das ist sicher geil, Leute. Das nehmen wir auch. Zack. Jetzt hat er eine Bomben Range. So, Wave 10 von 10, Leute. Letzte Wave. Schnappen wir uns gleich das Upgrade hier dann. Sobald wir genug Kohle haben. Kommt da überhaupt ein Flieger? Da kommt ein Flieger. Der wird jetzt gleich unter Beschuss genommen. Zack. Upgrade. Der hat Max. Ja. Und sogar voll ausgebaut. Da braucht er noch ein bisserl. Also. Die halten gut was aus, die Fliegenden. Es gibt ordentlich was aufs Maul hier. Ja, das werden wir hinkriegen. Kein Problem. Gleich ist er weg. Zack. Und geschafft, Leute. Geschafft. Nice one. So. Unsere Tower hier wieder. Die nehmen wir mit. Die leisten gute Dienste. Wir kassieren 300 Sterne. Drei Medaillen. Und gehen zum nächsten Level. So. Was können wir hier machen? Wir könnten den auf Max Upgrade hier. Was ist das dann? Da macht er richtig harten Damage. Das nehmen wir auf jeden Fall. So. Mission 16, Leute. Mission 16. Es geht jetzt richtig rund hier. So. Wir stellen den hier hin. Hier hin. Und hier hin. Los geht's. Wave 1 von 11. Oh. Scheiße. Ich hab's übersehen. Ah, Leute, 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 Leute. Jetzt kommen die Flieger von da oben. Scheiße. Ah, wir kriegen's nur hin. Der fliegt mal hier in den Tower hier rein. Gott sei Dank. Haben wir jetzt aber Glück gehabt. So. Das heißt, die kommen von da oben. Hier eine Flugabwehr auf jeden Fall hin. Und der Dicke kommt hier hin. Wave 3 von 11. Jetzt geht das schon ein bisschen zackiger hier. Wird schwieriger. Du kriegst auch noch ein Upgrade. So haut das dabei hin. Wir sammeln mal Kohle. Und werden die Flugabwehr hier upgraden, dass die mehr Range kriegt. So. Die brauchen nämlich dringend mehr Range. Ah, scheiße. Der ist außerhalb der Flugabwehr Range hier. Das ist blöde. Das ist blöde. Die hätte woanders hinsetzen sollen. Dann setzen wir hier eine hin, zumindest. Ah, das ist wirklich schwierig gerade. Schwierig gerade. Schwierig gerade. Schwierig gerade. Den werden wir mal ordentlich upgraden hier. Wave 5 von 11 ist das. So, Wave 6 von 11. Diese Flugabwehr müssen wir... Dann werden wir die upgraden, statt der da einfach. Aber reparieren werden wir die natürlich trotzdem. So, da fehlt noch ein bisschen was. Dann können wir die upgraden. Ja, aber sie steht gut, weil die kommen jetzt von zwei Seiten. So, Upgrade. Und als nächstes die hier geupgradet, dass die auch ein bisschen reinhauen. Sollte hinhauen. Ich würde sagen, den dann mal auf Max Upgrade. Weil der nimmt die Flugeinheiten dann ein bisschen mit auch. Falls was kommt. So. Können wir leisten. Jawoll. Bam. So, reparieren. Nicht, dass der nur drauf geht. So, Wave 8 von 11 schon, Leute. Oh, oh, oh. Wir werden beschossen. So, jetzt kriegt er das Monster Upgrade. Der haut jetzt richtig rein hier. Yeah. Yeah. Yeah, Leute. Der pfeffert. Aber so richtig. Gibt es da noch ein Upgrade? Nö. Oh, die schießen auf uns. Aber okay, das reparieren wir weg. Der ist auf Max Upgrade. Hat noch eine wunderbare Range. Den werden wir auch noch upgraden hier. Dazu brauchen wir nur ein bisschen Kohle, aber. Oh, wir haben Zeit, dass der drauf geht da. Wir brauchen das Moos. Hm. Oh, komm. Gib's mir. Jawoll. So, den brauchen wir. Der muss den da platt machen. Ansonsten müssen wir die wegschicken hier. Ich weiß nicht, ob sie das ausgeht, Leute. Ich weiß nicht, ob sie das ausgeht. Ich weiß nicht, ob sie das ausgeht. Bis jetzt haben wir Glück. Der pfeffert doch gut rein. Ist eine knappe Sache jetzt. Schafft er es noch? Jawoll. So. Dich können wir upgraden. Dass da noch ein bisschen drauf haust. Jawoll. Läuft. Wir haben den mal kurz gestunt. Läuft. 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 Aber das war schon schwierig. Wave 10 von 11. Das geht jetzt richtig ab hier. Das war schon ein bisschen knapp, Leute. Also, easy-beasy ist inzwischen schon was anderes. Es geht hier richtig gut ab hier. Wir werden den hier upgraden. So, der wird kurz beschossen. Den reparieren wir. Wave 11 von 11. Die letzte Wave, Leute. Oh. Jetzt kommen die hier. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das wird schwierig werden. Den müssen wir upgraden. Upgrade. Upgrade. Komm, komm. Ja. Wir haben es geschafft. So. Jetzt noch den hier aufmischen. Schwierig, Leute. Schwierig. Aber machbar. Aber schwierig. Ach, schaffen wir den. Jawohl. Jawohl. Gleich ist er weg. Jawohl. Wir haben es. Nice one, Leute. Nice one. Wir packen wieder unsere Tower hier ein. Die tapfer waren in der schweren Stunde. So. Eins. Zwei. Und drei. Schauen wir uns das Ergebnis an. Drei Sternchen. Beziehungsweise drei Auszeichnungen und 300 Sterne. So. Was kann man hier machen? Ist schon hardcore. Ist schon hardcore. Kann man bei der Flugabwehr noch was? Ja. Die macht mehr Damage. Okay, okay, okay. Den hier würde ich gerne nochmal upgraden. Der muss mehr Damage machen. Einfach. Auf der anderen Seite den hier nochmal auf upgrade. Das hat sicher Sinn. So. Der macht jetzt gegen Ifantari den ultimativen Schaden, Leute. Das da oben werde ich nicht nehmen, weil ich nehme nur das untere Upgrade. Also wir sollten uns da auf jeden Fall entscheiden. So. Dann werden wir das hier nehmen. Aber wir haben zu wenig Kohle sehe ich gerade. Also werden wir das praktisch bei der nächsten Mission machen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss.